Ich möchte heute mit euch über den Hamburger Sportverein, also dem HSV sprechen. Und zwar vor dem ersten Spieltag möchte ich das mit dem HSV noch geklärt haben. Ist mir sehr wichtig, ich glaube nämlich nicht, dass sich hier noch viel tun wird, beziehungsweise ich bin der Meinung, hier sollte sich nicht mehr viel tun. Ich werde euch erklären, welches System ich bevorzugen würde in dieser Saison für den HSV, welche Spieler ich für die einzelnen Positionen haben würde, welches Fazit ich habe und ich werde mit euch über ein paar Probleme des HSV reden. Dann möchte ich immer noch ein paar Verbesserungsvorschläge von euch haben. Keine Ahnung, rede flüssiger, rede so so oder mach doch mehr sowas in der Richtung, in der Richtung wäre total toll, wenn ihr das sagen könntet. Aber ohne weitere Umschweife beginnen wir mit dem HSV. Ich würde dem HSV ein 4-3-3 empfehlen, welches sie auch schon in der Vergangenheit ein bisschen gespielt haben mit Bruno Labbadia. Und zwar würde ich ins Tor packen. René Adler ist erst 30 Jahre alt mit einem Marktwert von 3 Millionen, momentan meiner Meinung nach die beste Nummer 1, die der HSV hat, was leider so ein bisschen traurig ist, da René Adler momentan voll auf seinen Zenit ist und sich wahrscheinlich nicht wirklich steigern wird. Gut, dann habe ich für die Rechtsverteidigerpositionen zwei Leute, einmal Godoka Sakai und Dennis Diekmeier. Ich würde hier Sakai bevorzugen, da er im Verhältnis zu Diekmeier ein bisschen schneller ist und für das offensive Spiel des HSV bessere Flanken schlagen kann. Dennis Diekmeier hat ein besseres Stellungsspiel in der Verteidigung und ist ein bisschen zweikampfstärker, aber in dem Fall nehmen sich beide nicht viel. Sakai ist 24 Jahre alt und hat einen Marktwert von 2 Millionen. In der Innenverteidigung würde ich einmal Emil Spahic setzen. Der 34-jährige Innenverteidiger, der einen Marktwert von 1,5 Millionen hat, ist ein sehr robuster, ein sehr zweikampfstärker, sehr kopfballstärker, sehr erfahrener Spieler, der zwar ein bisschen langsam ist und dadurch oft ein Foll riskieren muss bzw. machen muss und eine gelbe Karte dafür kriegt, da er immer einen Schritt zu spät sein wird bei sehr schnellen Stürmern. Der zweite Innenverteidiger im Bunde wäre Kleber Reis. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger mit einem Marktwert von 2,5 Millionen ist leider sehr oft unkonzentriert, ist dafür aber sehr kopfballstark, seine Zweikämpfe und Pässe sind nicht gerade die besten. Deswegen ist er für mich leider nicht gesetzt, wenn Giroud da ist. In der Linksverteidigung würde ich komplett auf Matthias Ostroschorlik setzen. Der 25 Jahre alte Spieler ist auch 2,5 Millionen wert, aber er hat eine ganz große Stärke im Verhältnis zu vielen seiner Mannschaftskollegen. Er ist konstant. Das heißt, er wird nicht plötzlich schlechter, er wird nicht plötzlich stärker, aber dafür weiß man, was man hat. Und er ist definitiv momentan der beste Linksverteidiger, den der HSV hat. Dann ein Spieler, den ich nicht ganz so wirklich auf der Kette hatte, beziehungsweise wo ich mich gefragt habe, wie kriegt der HSV denn solche Spieler denn noch ran, nachdem zum Beispiel das mit Van der Vaart und Brahmi war. Albin Ekdal im defensiven Mittelfeld. 26 Jahre und 4,5 Millionen wert. Wie gesagt, ich kann nicht viel zu den Spielern sagen, aber so wie ich es gesehen habe in einer kleinen Zusammenfassung, was ich mir noch angeguckt habe, ist er ein sehr guter Passgeber und recht kopfballstark. Dann habe ich im zentralen Mittelfeld zwei Spieler, einmal Marcelo Diaz, 28 Jahre alt, 2,5 Millionen Mark wert, ist ein sehr erfahrener Spieler und sehr konstant. Nicht ganz so konstant wie Ostroschorlik, aber dafür sehr passgenau. Und definitiv eine gute Bereicherung für den Verein, auch wenn er 28 Jahre alt ist. Denn es kommt nicht immer aufs Alter an, er wird die nächsten 2-3 Jahre dem HSV bestimmt gut dienen können, wenn der HSV denn vernünftig spielen möchte und mal ein bisschen an seinen Trainer, in diesem Fall Bruno Labbadia, halten würde. Dann haben wir noch Zeutern Stieber. Ja, ich weiß, der ist eigentlich ein Linksaußen, aber er kann auch zentral spielen und da würde ich ihn persönlich eher setzen. Der 26 Jahre alte Spieler ist 1,7 Millionen wert, hat einen sehr guten Antritt, damit kann er vielen Spielern im Mittelfeld die Bälle abfangen und dann gleich einen Konter einleiten oder schnell ins offensive Mittelfeld rennen und von hinten den Ball quasi mit einem Rückpass von den beiden Außenspielern ins Tor schießen. Dann haben wir zwei Außenspieler. Nikolaj Müller ist 27 Jahre alt, hat einen Marktwert von 3 Millionen, ist schnell, hat sehr gute Flanken. Leider hat er einen schlechten Abschluss verhältnismäßig für andere Offensivspieler. Dafür kann er dem HSV bestimmt mit seinen Vorlagen sehr gut dienen. Auf Linksaußen würde ich Louis Holtby packen. Der 24 Jahre alte Spieler für 4 Millionen beziehungsweise mit einem Marktwert von 4 Millionen ist sehr passsicher, hat zwar leider auch einen sehr schwachen Abschluss, aber dafür kann er die Bälle richtig gut verteilen, in den Rückraum spielen, nach vorne, auf den Stürmer oder halt zurück. Je nachdem, wie man spielen muss. Louis Holtby kann den Ball auch ein bisschen halten, leider ist er von seiner Qualität her ein bisschen gesunken. Dann haben wir im Sturm auch zwei Optionen. Zwei Spieler, die sich nicht viel nehmen. Einmal, den ich bevorzugen würde, Pierre-Michel Lasogga und Sven Schiplock. Pierre-Michel Lasogga ist 23 Jahre alt, hat einen Marktwert von 5,5 Millionen und da kann ich ein bisschen viel zu sagen. Er ist robust, kann sich also im Zweikampf vorne sehr gut durchsetzen, kann den Ball ein bisschen behaupten. Vielleicht nicht der dribbelstärkste Spieler, aber durch seine Robustheit halt sehr körperpräsent. Ist leider demzufolge auch ziemlich langsam. Kann sein, dass ihm viele Verteidiger den Ball abbrennen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so schnell sind. Trotz alledem hat er einen sehr guten Abschluss und das braucht der HSV. Spieler, die vorne den Ball ins Tor schießen, mit möglichst wenig Chancen. Das Durchschnittsalter des Kaders beträgt also der Stammelf würde 26,5 Jahre sein. Der Durchschnittsmarktwert 2,97. Obwohl das alles Werte sind, die nicht wirklich von Belang sind für die Bundesliga. Finde ich es mal interessant, so etwas gesagt zu haben. Mein Fazit zum HSV, im Normalfall ist der HSV sehr gut bestückt. Mit so einer Mannschaft sollte man nicht um den Abspiel kämpfen. Es sollte eher so sein, dass der HSV vielleicht um Platz 14, 15 und 16 spielen sollte. Aber das haben wir ja die letzten Jahre schon die ganze Zeit gesagt. Also ich glaube nicht, dass der HSV was mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Aber bei so einem Verein wie dem HSV will ich gar keine Prognose mehr abgeben. Probleme sind beim HSV, der definitiv übergroße Kader. Sehr viele Spieler müssen eigentlich weg, die nichts leisten, die nicht ins Profil des HSV passen, die schon seit Jahren eigentlich hätten weggehen müssen. Aber halt beim HSV verdient man gut. Also bleiben viele Spieler und beenden ihren Vertrag dort und gehen dann. Denn sie wissen, viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Denn viele werden halt nicht besser wie Peter Vjiraschek. Aber es gibt ja schon Angebote für einen Linksverteidiger, einen Zentralmittelfeldspieler und einen Stürmer beim HSV. Und die sollten ohne wirklich groß noch was zu sagen einfach weg. Für vielleicht auch ein bisschen weniger Geld, Hauptsache der Kader wird ein bisschen kleiner, weil es sind extrem viele Spieler im Kader. Zu allem dem sollte man hier sich einen Innenverteidiger noch holen, denn das ist die einzige Position, die wirklich groß schwächelt. Weil mit Kleber Reis hat man jemanden, der ziemlich unkonzentriert ist. Mit Emis Bahatsch einen ziemlich langsamen Spieler, der zwar viele Fähigkeiten besitzt, die einen guten Spieler ausmachen, aber dafür ist er halt langsam und kommt dem Ball nicht hinterher und bekommt hier die eine oder andere gelbe Karte. Giroud ist immer noch ein bisschen verletzt, also fehlt hier definitiv jemand und man könnte sich am besten meines Erachtens sich Tobias Strobl von der TSG 1899 ausleihen. Der würde perfekt ins Profil passen, man hätte sich keinen Spieler gekauft, sondern nur ausgeliehen und müsste nur das Gehalt für ein Jahr lang stemmen. Vielleicht noch eine kleine Ablösesumme für die Leihgebühr, aber das war es ja schon. Dann würde ich noch vorschlagen, ein Torwart mit großer Perspektive beziehungsweise mit ein bisschen mehr Perspektive holen. Man sollte nämlich jetzt schon mit der Ausbildung anfangen, denn Drobny und Adler sind nicht mehr die Jüngsten und den Spieler, den sie sich da geholt haben, den 22-jährigen Torwart, hat kaum Talent und der wird sich nicht durchsetzen können in keiner Bundesliga-Mannschaft, nicht mehr in einer Zweitliga-Mannschaft. Das ist Quatsch, warum man sich so einen Spieler geholt hat. Was ist eure Meinung zum HSV? Würde mich sehr interessieren, was ihr vom HSV haltet. Wo würdet ihr den HSV ansiedeln? Wahrscheinlich werden viele sagen Abstieg, Abstieg wie die letzten Jahre oder meint ihr, der HSV bleibt in der Bundesliga. Bis dahin, ciao, ciao.